Sehr geehrte Shop-Kunden und Innen. So, jetzt reden wir mal Tacheles. Ich mache den Shop zu mit 31.12. Es gibt keinen Nachfolger und ich werde alles abverkaufen, was ich habe. Es tut mir weh, es tut meinem Herzen weh, es tut mir noch viel mehr weh, was ich euch jetzt erzählen werde. Es muss raus, ihr müsst es einfach wissen, weil es mich einfach so innerlich zutiefst nervt wie sonst was. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe versucht, Nachfolger für den Shop zu finden. Ich spreche jetzt hier niemanden explizit an, an denen die Interesse gehabt haben. Es waren definitiv mehrere Firmen, die Interesse bekundet haben an meinem Shop. Ich habe Gespräche mit mehreren Firmen geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Herz blutet, ich bin zutiefst schockiert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich sage es einfach mal aus dem Bauch raus, was passiert ist. Ich habe hier circa 50.000 Euro auf Lager liegen. Rohmaterial, Platinen, Widerstände, LEDs, was ich für meine Bausätze brauche. Dieses Rohmaterial wäre für mich, wo ich sage, 50.000 liegen hier und da habe ich die Lagerboxen, wo eine, zwei Euro kostet, noch gar nicht mehr mit eingerechnet. Das ist nur Material. Das wäre was, wo ich sagen würde, wenn ich meinen Shop verkaufe, wäre das eigentlich das, was ich erwarten würde, dass ich kriege für meine Firma. Weil das packt man in diese Papiertüten, die man mitkauft, klebt ein Etikett drauf mit dem Etikettendrucker, den man für das Geld mitkauft und verkauft das Zeug eins zu eins. Und wir haben fünf bis zehn Bestellungen am Tag. Das ist ja nicht so, dass wir nichts verkaufen. Wir haben ja 6.000 Kunden bei EHIO. Ja, und ich habe durch die Bank von allen Firmen, die Interesse bekundet haben, habe ich durch die Bank den Tenor bekommen, na, 50.000 ist zu viel. Und wenn man dann nachfragt, warum 50.000 zu viel ist, dann, also ich bin einfach, naja, ich kaufe ja LEDs bei Würdelektronik. Und da kostet die LED ja drei Cent. Und somit ist mein Lager viel zu teuer. Weil eigentlich müsste ich die LEDs in China kaufen. Weil da kostet die LED nur einen Cent. Und dann wäre das viel besser und man würde viel mehr Gewinn machen. Und das wäre alles so viel toller. Keine Ahnung, vielleicht ist man einfach mittlerweile der Obertrottel, wenn man lokale Firmen... Ich meine, klar, die LED ist auch da drüben irgendwo. Aber man hat einen Vertreter, den man unterstützt, der hat eine Familie, der... Also man hat ganz viele Dinge, die man halt unterstützt. Klar, ich kaufe bei TME meine Bauteile. Dieser polnische Elektronikvertrieb, der auch in Dresden, glaube ich, einen Sitz hat und so weiter. Und nicht direkt bei LCSC oder wie diese China-Lieferanten heißen. Ja, für mich ist das einfach eine ganz klare Sache. Logisch mache ich das. Ich will irgendwie regional unterstützen. Klar, die Platinen kriege ich nicht in Oberauldorf gefertigt. Aber soweit es geht, möchte ich irgendwie eine Wertschätzung auch gegenüber europäischen Firmen leisten. Und wenn ich dann von wirklich vielen Interessenten höre, mein Lager ist zu teuer, 50.000 Euro zahlen wir nicht für deine Firma. Mal von dem Kundenstamm, was ich gerade gesagt habe, 6.000 Kunden, davon 2.000 Firmen. Ja, also mein Herz blutet tatsächlich. Aber jetzt ist raus. Jetzt fühle ich mich tatsächlich ein bisschen leichter. Danke fürs Zuhören. Und jetzt geht es wieder ans Eingemachte. Denn wir verkaufen ab. Bis 31.12. muss der Shop leer sein. Wir haben minus 50 Prozent teilweise auf unsere Artikel, weil es muss einfach raus. Ich kann an Endkunden nur noch bis Ende des Jahres verkaufen. Und deswegen schauen wir halt, dass wir das Zeug rauskriegen. Wir haben ein Rohlager. Ihr könnt es mich gerne anschreiben. Ich werde in dem Video unten auch nochmal einen Link zu meinem Shop verlinken, also reinstellen in die Beschreibung. Ich werde nochmal eine Liste reinpacken mit Rohmaterialien, was wir da haben. Wir haben, wie gesagt, ganz viele überteuerte 3-Cent-LEDs da. Wir haben überteuerte Widerstände da und so Zeug, das ich nicht in China gekauft habe. Also wer Interesse an sowas hat, einfach mal reinschauen. Ich packe euch eine Excel-Tabelle oder sowas mit rein, wo die Bauteile drin sind, die da sind. Wir haben auch noch ganz viele Platinen da. Da kann ich euch auch, packe ich euch auch in die Liste mit rein. Vielleicht sagt da jemand, der braucht, keine Ahnung, so und so viel, 100 Platinen und holt sich die LEDs und so selber und die Mikrocontroller, die man dafür braucht und so weiter. Dann gibt es da einen gewissen Grundstock, den habe ich auch noch da, stelle ich alles mit in den Shop rein. Dann könnt ihr euch mal durchwühlen und kaufen, wenn ihr davon was brauchen solltet. Gerne auch einfach eine E-Mail an info.th schicken. Ich werde schauen, dass ich bis Ende des Jahres das blaue Lager, also das ist eh schon sehr drastisch reduziert, das Shop-Lager wegkriege. Ich werde auch versuchen, so viel wie möglich von meinem roten Lager, also das Rohmaterial-Lager wegzukriegen. Und alles, was dann nicht weg ist, versuche ich an Firmen zu verkaufen, weil ab nächstem Jahr an Firmen ist ja ein bisschen einfacher wie ein Endkunden. Das heißt, die Möglichkeit besteht dann noch. Da findet man auch irgendeine Lösung, wenn irgendjemand noch irgendwas dringend brauchen sollte. Was allerdings ausverkauft ist, ATE-Wald-Gscheite-In und sowas. Also wir haben noch ganz viele Platinen da. Wenn das jemand sagt, der will unbedingt ein ATE-Wald-Boot, ich glaube, da sind nur über 100 Platinen da. Selber machen, kauft die Platinen bei mir, dann habt ihr einen Grundstock. Könnt ihr es probieren, könnt ihr es selber bestücken. Da kommen einen Haufen SMD-Bauteile drauf, die ich zum Teil auch überteuert da hätte. Aber das ist eure Entscheidung. Ansonsten, wenn ich Dinge nicht wegkriege, ich will hier aufräumen, ich will hier einen wirklich richtig tollen YouTube-Platz hinkriegen und einen Streaming-Platz hinkriegen, wenn ich was nicht wegkriegen sollte, dann schmeiße ich es entweder weg, weil es Graffel ist, das eh keiner braucht. Die sinnvollen Dinge werde ich, wie ich es von mir eh schon gewohnt bin, an irgendwelche Fablabs spenden. Ja Leute, schreibt es mal in die Kommentare rein, was davon hält es. Ich bin traurig, mein Herz blutet jetzt weniger, weil ich euch diese Last aufgeteilt habe. Ich habe meine Last an euch mit aufgeteilt. Danke dafür, dass ihr es mir auch abnehmt. Ich bin einfach extrem schockiert und enttäuscht. Und in dem Sinne sehr traurig, dass ich als regionaler Shop, der wirklich die Bausätze selber hier gepackt hat, wir kriegen das Zeug ja nicht eins zu eins aus China geliefert, wir haben die wirklich hier in die Tüten reingepackt und so weiter. Also von dem her, ja, tut es mir echt leid, dass dann meine Kunden mich als Lieferant verlieren. Auf der anderen Seite, der Markt ist mittlerweile so profitorientiert, dass ich einfach froh bin, damit nichts zu tun zu haben, nicht mehr. Vielen Dank allen fürs Reinschauen. Ich mache jetzt wieder regelmäßig Videos, weil ich habe jetzt dann Zeit, weil der Shop mich weniger belastet. Und ich freue mich drauf, schreibt es auch gerne Video-Vorschläge drunter, die es gerne haben würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.